. Ich hab ein 35er gepack, äh, gefunden. Hier ist ein Alice-Pack. Ich hab ähm, Modation für die Mosin. Und Miss Ombrel ist hier. Komm. Dennis, lace und ne Jacke ist hier für dich. Und ein Hody. Was Nate hinten durch. abschließen abschließen ich habe vorhin gefesselt das was geht denn es war das allergeilst über die angepasst ich habe mir so ein abgelacht macht den scheiß ab wieso sind die türen jetzt auf einmal alle zu denn jetzt hast du eigentlich hast du eigentlich auch dass du auf dem zweiten bildschirm dass dann immer irgendwas aufgeploppt weil du mit der maus da so bist ja die zentriert die maus noch nicht im programm das ist so nervig ist echt nervig mach mal ein 360 aber nach links hier ist eine hose für dich und schuhe im gefängnis ganz oben drinnen und eine fsx aber ohne munition hier liegt eine fette axt unten als unschläger was für eine ja ich brauche noch normal ich habe die schwarzen die besten das sind dass sie axt und links ist dann sind die neue klamotten für dich neue klamotten für mich eine hose habe ich schon und das ist musien munition ich nehme die einfach mal mit und hier sind tactische shirt und eine pistole warum sagt mir dann keine habe ich doch gesagt dass du aber da ist keine munition also ich finde für die personen man die munition nicht ich finde manchmal also es gibt tage da finde ich nichts und es gibt tage habe ich da fünf magazine bei er hatte ich auch schon er meine heute schon darum dass er zu essen haben will was heißt eigentlich bei stommisch oder so mein magen knurrt ja wo ist es denn hier auf dem boden ich bin das corner führt die kommentare die ich ihm gebe sehr gut aus ja aber ich muss auch immer fünf mal auf meine 1 drücken damit er seine m4 aus dem müssen wir müssen so ein brunnen naja da ist da vorne einer sehr gut ich weiß es, wenn ihr seid da vorne und ich weiß gar nicht, wo ihr seid ich lauf hinter dir, Fanny du läufst in die falsche Richtung nein, ich geh richtig ich geh jetzt nach Pakistan zurück, ich hab die Schnauze voll du meinst wohl eher nach China ich wollte sagen, Pakistan liegt doch nicht in China das ist voll die andere Ecke nicht warte mal, hier ist der Brunnen ich geh ins Haus rein, ich will gucken, was hier so liegt ja, ein vergoppelter Apfel ja, hier ist der Brunnen ja gut, dann kann ich jetzt erstmal was essen und trinken machen wir ein kleines Essen- und Trinken-Pause ein kleines Essen- und Trinken-Pause wo seid ihr denn? am Brunnen das Schöne ist auch, wenn ich das Inventar aufmache und dann ploppt die Maus ja wieder auf und die Maus ist auf dem zweiten Bildschirm wieso macht er dieses Drinkwater wieso macht er das? ja, weil ich die ganze Zeit sauf, glaube ich achso erst mal ablässt zieh dich hin, Wurrensock ich muss ja mal runterscrollen weil er immer zu nachladen will er hat mich auf diesen scheiß Brunnen geschoben dumm F-Taste vergewaltigen ich kann die F-Taste nicht vergewaltigen weil er bei mir immer nachladen würde ich muss ja mal runterscrollen weißt du, wie mühselig das gerade ist? wie mühselig das gerade ist? wie mühselig schön laut ja, geil so, I feel very full ich glaube, nach den Liedern würde ich mich aufhäufeln ich glaube, it feels very full nein, ist dadurch schwer nach oah ich esse erstmal meine Cornflakes ob man eigentlich Milchpulver mit Wasser kombinieren kann? dann hat man Milch und dann eine Schüssel finden und dann die Cornflakes rein BRAINFUCKBITCHES kleiner Satz BRAINFUCKBITCHES ach, jetzt ich hab's geschafft oh man, ich hör mich immer zu selbst oh man man, ich hatte meinen Penis was? weißt du was? was? na, was frisst du da? ich weiß noch, die gute alte Zeit wo ich mir seine Reis eigentlich geben wollte hab ich nur so ein paar Porträte und ich den ganzen Reis aufgefressen hab, alter das ist nicht mein Reis ich hab gar nichts zu essen aber ich hab Hunger und dann hattest du Fußpilz? warte mal, ich leg dir was aufm Boden friss vom Boden ok, wenn du es halten musst bei mir machst du die Krieg-Animation nicht das sieht echt dumm aus du gleitest einfach nur so jaja, ich hab gleite Schuhe an ich bin der Shadow gib mir Essen du Japaner mit deinem Helm, ey finde bitte ne Maske, damit dein Gesicht verdeckt ist, man na, gib mir deine gib mir Essen gib mir Essen gib mir Essen das wär ne übelste Japaner Feinde seid sind die auch da rührt sie Lappen ich bin schon ich bin schon du bist ja auch Japaner Fan, die nennen echt? Frühlingsrolle 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 wenn darf ich so drehen aufm Boden du musst immer ne Ego-Respektive machen oder ne Ego-Respektive wirst du da richtig ui ui bist du da richtig geschwui ich kann mich irgendwie nicht weiter drehen warum nicht halt Schrotgewehr Mais oh der wird richtig schwindelig in echt grad alter ey oh Gott ich bin da ich bin in der Wand oh jetzt noch nicht wui für die Zuschauer auch noch mal bei dem Mod gab's doch hier diesen einen Bug oben auf dem auf diesem Glockenturm glaube ich von von Tscherno ja du konntest dich da so rein glitschen wenn du dich so auf dem Boden gehst und reinrollst mhm du konntest auch wenn du äh wenn ich so vorher zum Diogarisch stehe und dann nach rechts gerollt bin hätte ich in die Beine brechen können ja war könnte man ja bei der Mod lass mal los das schönste bei der Mod fand ich dass man sich äh auf die schule warum machst du dich jetzt stell dir mal vor weißt du siehst da vorne so nen Gegner und sagst dann so ey warte mal Leute da vorne ist ein Gegner dann komm ich so hin legst dich hin Attacke vollzt ihn so um ne auf der schule wenn du ganz oben auf die schule drauf gegangen bist dann gab es auch so nen komisches Teil da konntest du dich halt mit diesem mit v rein stellen wenn du dich da hingelegt hast dann konntest du so wall heck machen mhm das ging auch noch Vor allem ich verstehe nicht, wie das Spiel sich aussucht, ob er springt oder drüberklettert. Ich verstehe es nicht. Ja, ist so. Richtig behinderig. Hauptsache, wenn wir hier übelst offensichtlich rumrennen. Ja, YOLO. Ja, hier ist doch keine Sau auf dem Server. Ja, auch natürlich. Echt. Voll viele Leute. Wir spielen auf dem 100 Server. Auf dem 100 Server. Wir spielen auf 100 Server gleichzeitig. Ja. Hier ist ein Supermarkt, ne? Nur mal so. Mir läuft das auch weiter. Du läufst bei mir gerade in der Erde. Ja, aber wir haben hier vorhin schon alles gelootiert. Hier war nix. Aber ich nehme die Kopflampe mit und tu da Batterien rein. Ja, ihr seid bei mir irgendwie in der Erde. Ja, das ist im Moment noch normal. Du bist bei mir auch in der Erde. Leg dich mal hin, Fanny. Warte. Na, siehst du mit ihm. Ich weiß. Vorhin schon gesagt. Ihr wisst nicht, wo ich bin. Ja, das kann ich da. Was, wo ist Yogy? Doch, ich sehe noch deinen... What the fuck? Ich sehe dich da direkt unter mir rumcrouchen, Alter. Vielleicht mal was hierher draußen. So, der Sammelpunkt ist Trost. Heads up! 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 Hey, ist das vorhin ein Zombie? Ja. Deine Mutter. Wenn wir... Das wäre übelgeil, wenn wir... Deine Mutter! Die Frau ist ein dreckiger Scheißlein. Wenn wir mal jemanden so fesseln und so. Das Schöne ist, um Blut zu gewinnen, anstatt sich das von jemandem aus der Gruppe abzutapfen, musst du ja jemanden fesseln und ihn dann Blut abzutapfen, weil sonst bist du jetzt in einer Gruppe mit mehreren Leuten, verliert halt irgendjemand Blut. Mhm... Ist auch behindert. Ja, kommt, auf geht's. Dum 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 dum. Ich habe irgendwie grad keine schönen FPS, glaub ich. Nee, 20 hab ich gerade. Ich habe auch gerade 20, nur. Ich habe gerade gefühlte 2. Haha'. Spiel sie auf 1080p, Yoga? Äh... Cyclone? Ja Und ich spiel auf... die FPS gibt's gar nicht Die FPS? Die Auflösung Fanny läuft da lang und AKL läuft da lang Äh Tschö Fanny Ich weiß nicht, ich war gerade drinnen Fanny war gerade im Flow Ist das ein Spieler? Nein Ist das ein Spieler? Er ist mir bloß hinrennen Oh HALO! Bist du ein Spieler? Guck mal, der kann auf mich zu und der will mich umarmen Jep Er wollte auch mit mir kuscheln Tschüss Unbedingt Ich mach meine Waffe aus der Hand jetzt Run! Ich überhole euch sowieso alle wieder Du bist Speedy Gonzales Guck mal, ich mach das wirklich Weil jetzt hätte ich mir vorm Fuß gerannt Vorm Fuß gerannt Da ist ne Frau, die will dich umarmen Nein, geh weg! Ey, das sind unsere ersten Fans Unser Groupie Der Chinese fühlt sich hier schon wieder hungrig Der Chinese fühlt sich hier wohl in dem Länger von Groupies Ich glaub, der braucht Reis Jetzt mal ganz im Ernst Entweder nervt der Charakter rum, dass er Hunger oder Durst hat Oder er schreibt die ganze Zeit unten links Ich fühl mich sehr voll Mann, er fühlt sich voll und hat Hunger Das ist auch gut Das ist Facebook und DayZ I'm really full Was machst du gerade? Ich fühle mich voll Ich hab trotzdem Hunger Vor allem, er fühlt sich voll von Wasser Hat aber Hunger Wenn ich mich mit Wasser voll saub, hab ich keinen Hunger mehr Das Schöne ist, jetzt hab ich 50 FPS Ist auch geil Wenn ich zur Stadt hingucke, hab ich auch noch 30 Ich hab 32 FPS Wenn ich zur Stadt hingucke, hab ich 28 Hallo, ich spiele auf 500p oder so Nicht mal Nicht mal Ich spiele auf der kleinsten Auflösung, die es gibt Wie sieht das dann aus, Alter Das sieht richtig ekelhaft aus, Alter Geh mal in die Videoeinstellung Also in die Voreinstellung Und sag mal, er soll das auf Minimal stellen Dann weißt du, wie scheiße das aussieht Ah, ich weiß das Ich hab noch nicht das gemacht, was du bei mir gemacht hast Deswegen, äh Wer sie mit den Einstellungen Dann könnten seine FPS auch höher gehen Ja, das stimmt Das würde bei ihm wahrscheinlich deutlicher aussieht Aber ich hab hier gar keine Einstellungen mit 500p Nein, nur gehst du auf Config Dann auf Video Und dann gehst du bei Overlay Quality Gehst du auf Very Low Und dann weißt du, wie scheiße das Spiel aussehen kann Ich mach das mal kurz mit ihm Aber dann sind meine ganze Einstellungen ja verstellt, oder? Ja Mach mal einen kurzen Schnitt Okay, Cut! Weiter! Wollen wir noch mal kurz da oben hingehen Um das Ding abzutracken? Weil ganz oben auf dem Berg ist noch ein Gefängnis Jetzt bin ich wieder im Usain Bolt Mode Usain Bolt Mode Was ist das jetzt wieder angemacht? Was denn? Was denn? Es gibt so ein... Wenn das ist, was Yugashi meint Dann ist es dieses komische... Wie verschreibe ich das? Dieses Schatten... Blah... Ding Nein man, er meint, dass er so richtig schnell ist Weil Usain Bolt der schnellste Mensch der Welt ist Achso Achso Lass mal das während des Cuts drin, Alter Weißt du, was du noch aufstellen kannst bei dir? Den Bloom-Effekt Stimmt Was ist der Bloom-Effekt eigentlich? Wartet mal kurz Wartet mal kurz Ich habe aber gerade mein Übertaktungsprogramm von meiner Grafikkarte nicht an Ich glaube, das hat er jetzt nicht mit abgespeichert Ich weiß es nicht! Ja ich werde meine Grafikkarte auch bald mal übertakten Hast du Wasserkühler oder Lüfter? Lüfter Aber ich habe halt so ein extra Programm für die Dings Hätte ich gekriegt, weil das ist ja die Windforce Edition Und die OC Edition Die man nochmal extrem übertrücken kann Okay Warum übertakten gehe ich eigentlich von Anfang an Wenn die sowas so wie so eine Oberklang-Immersion gibt Ist so schon Behindert finde ich auch Aber ich muss mir damit noch reinfuchsen, was ich da machen kann Oder Dennis erklärt mir das nochmal Können wir unsere Grafikkarte eigentlich auch übertakten, Yugashi? Ähm, ja Bringt aber nicht so viel Bei einer Lüfter-gekühlten Grafikkarte Wenn du die versuchst zu übertakten Es geht zwar Ich meine die Grafikkarte, wenn die zu heiß wird Schaltet die sowieso ab Also du kannst eigentlich nichts kaputt machen In dem Sinne Außer du schaltest halt die Grenze höher Wie heiß der werden darf Aber du fühlst halt keinen merkbaren Unterschied Weil wenn deine Grafikkarte jetzt zum Beispiel auf Was weiß ich Auf 3,5 GHz getaktet ist, ja? Und du hast halt eine Lüftkühlung Und gehst halt auf 3,8 hoch Dann ist die Grafikkarte Also komplett ausgelastet Du kannst nicht höher gehen Weil sonst wird die zu heiß Aber es ist kein spielbarer Unterschied da Das lohnt nicht Weil bei meiner Präsentischen heiße Das ist Hat ja zwei Lüfter dran und so weiter Ja gut, aber willst du jedes Mal Wenn du am zocken bist Und nach einer halben Stunde dann eine Turbine In deinem Rechner haben Weil die Lüfter dann auf 100% drehen Ja, ich hab mich eingesperrt Weil ich hör die jetzt nicht mal Das ist ja extra dafür gemacht Ich hab mich eingesperrt Mach mein Haar auf Das sieht so behindert aus Bei uns ist die Tür offen Ja Nein, er ist doch da eingesperrt Siehst du das nicht? Ne Ich seh nur wie er behindert auf der Stelle rumläuft Ja, da ich aber auch Hier ist ein Zaun Der...der ist rundum geschlossen Und hier ist die Tür Achso Dankeschön Ist ja geil Ja Hallo Ja So, ich geh schon mal panic Naaaa Das sind 97 andere Spieler Oh mein Gott! Die sind hier alle reingekommen.